Eintracht Frankfurt zeigte eine sehr schlechte Leistung gegen den VfB Stuttgart und enttäuschte erneut. Entgegen den häufigen Versprechen einer Verbesserung spielt Eintracht Frankfurt zunehmend schlechter. Dennoch hat Markus Krösche, der Sportdirektor von Eintracht Frankfurt, zwei Hauptziele festgelegt. Erstens möchte der Verein sich für die Europa League qualifizieren. Zweitens soll Dino Topmöller als Cheftrainer für die nächste Saison gehalten werden. In den letzten Wochen wurde jedoch deutlich, dass es schwierig sein könnte, diese beiden Ziele gleichzeitig zu erreichen. Trotz des oft unvorhersehbaren und unorganisierten Spiels hat Eintracht nur zwei der letzten zwölf möglichen Punkte gewonnen. Dies setzt das Team in Gefahr, sich nicht für die Europa League in der Endphase der Saison qualifizieren zu können. Christopher Michel vom Portal Fassball News berichtet, dass der Druck auf den Trainer Topmöller zunimmt. Er muss eine Wende schaffen und die Qualifikation für die Europa League sichern, sonst könnte Krösche, der Sportdirektor des Vereins, seine Weiterbeschäftigung überdenken. Michel gilt als verlässliche Quelle über Eintracht Frankfurt. Topmöller wird ernsthaft auf die Probe gestellt. Obwohl der Frankfurter Verein keine voreiligen Entscheidungen treffen möchte, gibt es Zweifel, ob Krösche den Trainer halten wird, auch wenn dies die Qualifikation für die Europa League kosten könnte. Das Ziel ist es, die sportlichen Ziele vorzugsweise ohne Trainerwechsel zu erreichen. Die Situation ist kritisch, denn am Freitagabend steht ein Heimspiel gegen den FC Augsburg einen direkten Konkurrenten an. Ein Heimsieg könnte die Chancen des Klubs in internationalen Wettbewerben festigen, aber eine Niederlage könnte die Stimmung und die Position in der Tabelle verschlechtern. Fans von Eintracht Frankfurt, teile deine Meinung in den Kommentaren, like und abonniere den Kanal, damit du die nächsten Videos mit den neuesten Nachrichten von unserem Eintracht Frankfurt nicht verpasst.